Moin Leute, was geht ab? Wie versprochen kommt heute das Video zum Traden in die Upload 2. Ich werde euch mal drei Möglichkeiten vorstellen, wie ihr gut traden könnt, welche ich auch benutze. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo auf dem Kanal. Besucht auch meine anderen Kanäle. Links sind unten in der Beschreibung. Wenn ihr drauf Bock habt, lasst gerne Follows da. So, jetzt wollen wir aber auch direkt mal rein starten. Und wir gehen erstmal in die einfachste Art und Weise. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Scham-Rune. Im letzten Video haben wir gelernt, wie man herausfindet, wie viel die wert ist. Da kannst du einfach im Game ein Spiel erstellen. Und das nennst du O steht für Offer, also biete. Scham und N steht für need. Keine Ahnung, was du jetzt haben willst. Acht ist zum Beispiel. Wenn du jetzt aber was Größeres brauchst, und das passt hier nicht rein in den Namen des Spiels, dann schreibst du einfach n read, also lese. Und dann schreibst du das hier in die Spielbeschreibung. Acht ist, or om, or bla. So, und dann machst du das Spiel auf und wartest zehn Minuten. Und entweder kommt jemand rein oder auch nicht. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, auf der Seite waren wir das letzte Mal schon. Das ist wieder das gute alte Traderie. Hier habe ich schon mal die Scham-Rune reingeguckt. Nur nochmal kurz, um den Price-Check nochmal zu machen. Hier wollen wir hier Low Bear oder 5 Ist-Runen zum Beispiel. 5 Ist-Runen ist für mich ein realistischer Kurs. Hier ist noch eine drin. Sind da schon Angebote drauf? Ja, der kriegt 5 Ist-Angeboten. Also, ja, realistischer Kurs. Wenn wir jetzt hier einen Account haben, das ist kostenlos. Ihr könnt hier aber auch Premium-Accounts machen. Ich weiß gar nicht, was die da für Vorteile haben. Ich sehe so gar keine Nachteile. Außer, dass deine Listings, die du hier machst, also alles, was du anbietest, immer nur 24 Stunden da ist. Aber das kann man ja auch mal jeden Tag refreshen und wieder reinstellen, wenn es abläuft. Also, wenn ihr Bock habt, macht doch einen Premium-Account. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt können wir zum Beispiel Add Listing Then Items You Are Selling Schreiben wir rein Sharm Sharm Rune Dann müssen wir noch die Plattform, wo ihr halt spielt. PC, Switch, Playstation, Xbox, bla Mode ist Softcore in meinem Fall. Region braucht man eigentlich nicht, weil man kann auch hin und her wechseln, wenn man irgendwo joinen will. Und hier könnt ihr euch jetzt aussuchen. Entweder ihr schreibt jetzt hier rein, ihr wollt 5 Ist-Runen haben, dann habt ihr einen fixen Preis gemacht oder ihr schreibt Ask for Offers. Dann ist es offen und die Leute können euch Angebote machen. Ich will jetzt diese Sharm Rune gar nicht vertraden, das war nur so ein Beispiel. Und dann hättet ihr das hier zum Beispiel in Offers. Ich habe jetzt gerade keine offenen Angebote und hier kann man, ich habe auch keine akzeptierten und hier kann man die History sehen, was ich hier schon alles so vertradet habe. Also das läuft ganz gut auf Tradery, finde ich. Ich finde, der Vorteil ist auch einfach, weil du stellst es rein. Für mich soll Traden einfach keine Zeit kosten. Ich stelle das Item hier rein, das dauert 2 Minuten, wenn man geübt ist, vielleicht auch nur eine. Und dann ist es da drin. Und dann, wenn ich irgendwann mal Zeit und Lust habe, gucke ich, ob mir irgendwas geboten hat. Und wenn mir das gefällt, dann nehme ich das an. Irgendwann fängt man an zu chatten, dann sagt man ja, wann und wo wollen wir uns treffen. Und dann sagt er ja, mach ein Game auf. Und dann machst du ein Game auf, sagst du EU-Server, Moto1, bla. Und dann kommen sie da rein. Und dann wird eben getauscht, dann gibt man dem eine Bewertung ab und fertig ist. Das ist für mich eigentlich perfekt, weil ich habe keine Lust, irgendwo 10 Minuten in irgendwelchen Spielen zu warten. Oder, oder, oder. Wir machen hier nochmal kurz ein kleines Beispiel, weil hier kann man natürlich auch was kaufen. Ich habe für einen guten Viewer aus meinem Livestream gesagt, dass ich ihm eine Arach besorge, also eine Spinnmonster-Netz-Scherpe. Dann würde ich jetzt hier einfach mal nach Arach nicht mehr suchen. Dann gucken wir mal einmal kurz Plattform, PC, Mode, Softcore, Done. So. Der will eine Vax, das ist viel zu teuer. Der will eine Vax oder drei Ist haben, ist zu teuer, ist zu teuer. Vax ist cool, ist auch, finde ich auch zu teuer. Vier Ist ist einfach zu teuer. Das ist nicht mehr so aktuell. Zwei Ist mal. Oder ein Ist dreimal. Hier, Gull-Rune oder zwei Ist-Rune. Das ist schon ein bisschen realistischer. Gucken wir mal eben, was auf den mit Make-Offer für Angebote drauf sind. Zwei Ist ist Cancell-It. Achso, wenn er nicht geantwortet hat, ne? Die meisten bieten mittlerweile nur noch ein Ist oder ein Ist mal. So ist aktuell auch so ein bisschen der Kurs, meiner Meinung nach. Oh, guck mal, der kriegt sogar drei Ist hier geboten. Ich würde für den Kollegen jetzt einfach mal den hier für die Gull-Rune einkaufen. Wo war er denn? Ein Gull oder zwei Ist. Zack. Zack. Dem machen wir jetzt ein Offer. Gull-Rune habe ich, glaube ich, liegen. Submit Offer. So, jetzt habe ich hier meine Shopping-Liste. Der ist jetzt hier gerade AFK. Wenn er denn online wäre, würde er es akzeptieren oder halt auch nicht. Kann man auch ablehnen, wenn ihm das zu wenig ist. Macht aber ja keinen Sinn, weil er das als Fixpreis reingegeben hat. Und ja, dann fängt man einfach irgendwann an zu chatten und dann trifft man sich irgendwann und tauscht das. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Und die dritte Möglichkeit, die ich für euch habe, ich habe euch die Discords im letzten Video auch schon vorgestellt. Gehen wir hier mal einmal rüber. Da haben wir hier das Chaos Sanctuary. Dann geben wir hier zum Beispiel Softcore No-Leader. Und da kann man den Co-Kennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel WTB Unix & Sets. Ich möchte ja die Arach kaufen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Hier listen alle Leute irgendwas rein. Da könnte ich jetzt die Suchfunktion benutzen und Arach eintippen. Dann könnte ich hier sehen, WTB Arach, WTB, WTB, WTB. Die wollen alle kaufen, kaufen, kaufen. Bin jetzt hier im falschen Channel, ne. Doch, WTS muss ich hin. Sorry, sorry, sorry. So. Ich bin gerade durcheinander. Hallo? Warum sagt er mir hier die ganze Zeit WTB? Naja, ist doch nicht so schlimm. Hier, guck mal, der verkauft zum Beispiel alles. Arachs 100 ED. Den könnte ich jetzt anschreiben und ihm ein Angebot machen. Oder manche schreiben hier auch bei. Hier, der hatte zum Beispiel WTS Arach Mesh für Google. Ist aber verkauft, ne. Hier will einer eine perfekte für 5 ISs loswerden. Wenn ich jetzt 5 ISs hätte, würde ich die für Arano kaufen. Auch einer aus dem Stream. Ich weiß, dass der gerade seinen Parodym perfekt machen will. Mit nur perfekten Items. Aber egal. Und andersrum könnte ich hier natürlich auch Sachen. Wie zum Beispiel unser erstes Beispiel. Die Sharmune, die wir verkaufen wollen. WTS, also One to Sell Runes. Hier könnte ich jetzt eingeben. WTS Sharm. N4 ISt plus um plus pool. So wie der hier. Dann würde mich ein Interessent halt per Privatnachricht ansprechen. Und sagen, jo, können wir machen. Machst ein Spiel auf. Wo treffen wir uns? Lass traden. Oder er macht mir ein Gegenangebot. Oder, oder, oder. Das ist auch eine sehr schöne Sache hier. Weil es meistens schneller geht, was zu verkaufen. Wenn ihr was habt, was jemand sucht. Aber, die Sachen, die ihr hier so reinpostet, die verschwinden halt auch schnell von der Bildfläche. Und hier benutzen nicht so viele die Suchfunktion irgendwie. Da finde ich Tradery zum Beispiel ein bisschen entspannter. Weil, wenn es ausläuft, euer Angebot, könnt ihr einfach einmal auf Relist drücken. Und ihr müsst es nicht wieder neu einstellen. Nicht neu eintippen. Ihr macht es einmal und es ist für immer da, bis es verkauft wird. Deswegen finde ich Tradery persönlich am coolsten. Aber ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr am liebsten tradet. Und, ja. Das war es von meiner Seite auch, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne Like und Abo auf dem Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.